Management by Delegation, auch hier wieder gibt es eine Abkürzung, MBD, Sie sehen das in Ihren Unterlagen. Grundgedanke führen durch, Management by, übersetzen wir meistens mit führen durch, Delegation, aber richtige Delegation. Delegation, unter Delegation, darunter verstand man viele Jahre, vor allem in der Zeit nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, das Delegieren von Aufgaben, Punkt. Es wurde die Aufgabe delegiert. Bis man erkannte, den Leitsatz richtiger Delegation, brauchen Sie jetzt nicht zu notieren, werden wir uns gleich besonders anschauen, unter dem Harzburger Modell nämlich, richtige Delegation ist die Einheit von Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz. Alle drei Dinge müssen in einer Hand, alle drei Dinge müssen delegiert werden. Was die Vorgesetzten bis dahin nur getan haben, waren die Aufgaben delegiert. Müller, räumen Sie mal die Stühle von da nach da. Das war Delegation. Müller hatte keine Verantwortung und keine Kompetenz. Wenn jetzt irgendjemand anders kommt und sagt, Müller, was machen Sie denn da? Ja, das hat mir der befohlen. Ah, okay, dann muss ich mit dem mal reden, weil Sie sollen die Stühle gar nicht rumräumen hier. Dann muss ich mit dem reden. Müller war sozusagen nur das ausführende Organ. Müller hatte keine Verantwortung, Müller hatte keine Kompetenz. Müller war nur ein ausführendes Organ. Wie eine Hand, die von einem Zentralorgan gesteuert wird. Müller war nur die Hand. Und dann hat man erkannt, und zwar im Wesentlichen verbunden mit einem Mann namens Höhn, Harzburger Modell, einem Mann namens Höhn, gilt, schauen wir uns gleich mal an, dass für richtige Delegationen Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz in einer Hand musste. Das lernte man in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ziele von NBD, Hierarchie, Abbau. Hierarchie, Abbau. Es wurden Kompetenzen übertragen, es wurde Verantwortung übertragen. Das bedeutet in dem Fall Hierarchie, Abbau. Das ist nicht das, was wir gestern betrachtet haben, dass wir uns von diesem Ein-Linien-System verabschieden werden in der Zukunft. Aber es bedeutet, dass jetzt endlich auch Kompetenz übertragen wurde. Dass Verantwortung übertragen wurde. Und nicht alles beim Vorgesetzten war, denn das ist ja auch eine gigantische Belastung für den Vorgesetzten. Dir platzt der Schädel, wenn du jedem immer genau sagen musst, was er zu tun hat. Und dann kommt er wieder und sagt, ich habe jetzt die Schüler rumgeräumt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann musst du wieder überleben. Statt dass der auch die Verantwortung bekommt und die Kompetenz bekommt, dann kann er nämlich den nächsten Schritt vielleicht auch selber sehen, erkennen und machen. Also Delegation ist eine wichtige Maßnahme, damit der Führungskraft der Schädel nicht platzt. Hierarchieabbau, so zu verstehen, wie wir es gerade formuliert haben, Eigenverantwortung, da ist wieder das Wort, Eigenverantwortung, der Mitarbeiter bekommt mehr Verantwortung und menschenorientierte Führung. Menschenorientierte Führung, das sind die Ziele von Management by Delegation, wobei wir den Begriff menschenorientierte Führung jetzt auch noch nicht verstehen können. Da müssen wir gleich schauen auf das Harzburger Modell, das mit Management by Delegation eng zusammenkommt. Also Eigenverantwortung und menschenorientierte Führung. Was das genau ist, schauen wir gleich.